Guten Morgen, wenn ihr auf meinem Kanal schon länger unterwegs seid, dann werdet ihr wissen dass ich immer wieder darauf verweise dass man auch mal ohne Denken sich Situationen einfach hingeben sollte, um eins mit seinem Leben zu werden. Denken ist eine wunderbare Sache um kleinere alltägliche Probleme zu lösen, aber die Grundfrage nach dem Sinn des Lebens beantwortet das Denken absolut wenig zufriedenstellend wie die Frage was Leben überhaupt ist. Wenn die Menschen von Erleuchtungserfahrung reden, dann reden sie von Momenten wo sie sich mit allem verbunden fühlen und erfahren wie das Universum funktioniert, was Leben bedeutet, was der Sinn des Lebens ist und dass es eben keinen Tod gibt, sondern nur das Ende des Menschseins. Alles Dinge worüber wir im Denken jahrelang eine Lösung suchen um ein Verständnis dafür aufzubauen oder einfach um Ängste zu besiegen um dadurch ein Leben in Zufriedenheit führen zu können. Wenn Erleuchtete nun ihre Erfahrung teilen, reden sie oft von Hingabe. Vom Sein, vom Alles und vom Nichts, aber sobald Erleuchtete reden, reden sie Unsinn, weil sie nicht das wiedergeben können was sie erfahren haben. Zudem bedeutet Erleuchtet zu sein zwar zu wissen wie alles funktioniert, aber der Wille das Denken und die begrenzte Zeit als Menschen ad acta zu legen ist damit noch nicht impliziert. Entsprechend sind die Handlungen von Erleuchteten auch nicht alle gleich, weil Erleuchtet lediglich eine Erfahrung gemacht zu haben bedeutet. Für die Nicht Erleuchteten ist das alles nicht so einfach. Und deshalb will ich, auch weil ich glaube dass das Wort Hingabe in diesem Zusammenhang falsche Assoziationen weckt, möchte ich Euch heute meine Sicht von Hingabe darstellen. Es von Fokussierung auch einem wichtigen Element des Nichtdenkens abgrenzen und damit einen Weg eine Erleuchtung voranzutreiben vorstellen. Sie ist zwar meine Meinung und auch Erfahrung nicht forcierbar, aber man kann die Chancen maximieren dass sie einem widerfährt. Denn in 4 von 4 Erleuchtungserfahrungen war ich eben in einem Stadium der Hingabe oder der Fokussierung und auch in Gesprächen mit anderen die ähnliche Erfahrungen geteilt haben ist es oft eine Situation gewesen wo man sich hingegeben hat. Aber Hingabe ist nicht Fokussierung, das bitte merken, kommen wir aber nachher noch im Detail dazu. Wenn man Menschen danach fragt was Hingabe ist und wie man Hingabe erreicht, dann wird man nie eine zufriedenstellende Antwort bekommen, denn es gibt Dinge die man tun muss wenn man wissen will was sie wirklich sind. Hingabe zählt dazu. Worte sind nur Hülsen, genau wie das Denken nur eine ganz grobe eindimensionale und abstrakte Wiedergabe des Realen erlaubt. Wenn ich Euch sage dass Hingabe ein Loslassen ist, so werdet ihr fragen was ist Loslassen und wie reiche ich das. Wenn ich Euch dann sage dass Loslassen ein Akt der Liebe ist, dann werdet ihr fragen was ist Liebe und wie macht man das genau und so weiter. Jegliche Definition des Zustandes was ich als Hingabe bezeichne ist nicht real und authentisch in Worte zu fassen, da das menschliche Denken nicht ausreicht das wiederzugeben. Ich kann Euch das sagen, ich bin nicht dumm, ich habe die Erfahrung gemacht was Hingabe bedeutet, aber ich kann sie Euch nicht wiedergeben. Aber man kann es erfahren zu 100% real, ihr werdet es nicht weitergeben können und dazu möchte ich Euch animieren. Man kann dem Menschen Wegweiser geben und mit dem Finger auf etwas zeigen, aber man kann dieses Ziel nicht verbalisieren und ihm dabei gerecht werden und deshalb gibt es zum Beispiel auch einen Zen Meister nicht weil er irgendwie erklären kann was Hingabe ist, sondern weil er lernen kann wie man aufhört zu denken und wie man reale Erfahrungen macht die dann auch in einer Erleuchtung enden können, was allerdings oft auch mit Fokussierung passiert. Daher erwartet von dem Video nicht, dass ich Euch heute konkret sagen kann was zu tun ist und was zu denken ist, sondern lasst Euch von den Zusammenhängen die ich Euch gesagt habe und auch von meinen Erfahrungen inspirieren und versucht intuitiv zu folgen. Eine Problematik wenn ich jetzt mit Euch spreche und das Wort Hingabe verwende, ist dass sich eben sicherlich einige Fragen werden, wem oder was will ich mich denn eigentlich hingeben oder soll ich mich hingeben und jemand der nur ein paar Bücher des Buddhismus gelesen hat wird sofort antworten und sagen, wenn ich kehre, dann kehre ich und wenn ich kacke, dann kacke ich und wenn ich esse, dann esse ich, also gebe ich mich dem Kern, dem Kacken und dem Essen hin. Und das ist meiner Auffassung genau das Problem, denn sobald man seine Hingabe auf etwas konzentriert, ist bei den meisten Menschen ein Unterwerfen assoziiert, genau wie bei der Hingabe zu einem Menschen. Ich gebe mich IHM, dem Menschen hin und er macht mit mir was er will oder eben ES wenn man es auf eine Situation bezieht. Aber wenn ich mich jemanden oder etwas unterwerbe, dann ist die Energie die einen selber ausmacht bewusst klein gehalten und man priorisiert gedanklich die Energie von allen um sich herum. Das ist hilfreich eben bei der Fokussierung und der Bestandteil vieler Meditationen die eben erst einmal da ansetzen wo es darum geht dieses unglaubliche Ego, was sie mit uns herumtragen in unserer westlichen Gesellschaft zu bekämpfen. Aber Hingabe, das ist ein Gefühl der kompletten Defokussierung und einer Entpriorisierung und damit ist Hingabe eben nicht wie Osho und andere Spirituelle es beschreiben ein gezielter und vor allem eben fokussierter Akt der Wagemut um sich eben einem von dem ich befreiten Menschen oder einer Situation hinzugeben, sondern Hingabe ist nichts. Absolut nichts. Ich mache da auch Osho keinen Vorwurf weil er stammelt genauso hilflos rum wie ein Eckart Tolle oder ein Krishnamurti, von denen ich allen drei sehr viel halte. Zumindest wenn man die Worte mit der Erfahrung der Erleuchtung in Relation setzt. Hier geht es heute um Hingabe, Hingabe ist nicht gleich Meditation, Hingabe ist nichts. Für die Meditation ist oft Fokussierung sehr wichtig. Denn wenn ich aufwasche und mich total auf das Aufwaschen fokussiere, dann ist das Meditation und auch eine Möglichkeit durch das Verlieren des Selbst, einer Erleuchtungserfahrung einen geebneten Boden zu bereiten, aber Hingabe kennt keine Fokussierung, weil man sich komplett hingibt und zwar nicht irgendwas oder irgendwem, sondern man gibt sich allem hin. Wenn man in irgendeiner Weise kanalisiert, fokussiert, orientiert, dann kann man nicht von Hingabe sprechen. Auch ganz wichtig mir geht es hier nicht darum Euch das Wort Hingabe zu erklären, sondern ich erkläre Euch einen Zustand der für mich mit dem Wort Hingabe am treffendsten bezeichnet wird. Es geht darum einen Zustand zu benennen, der im Gegensatz zur priorisierten Energie der Fokussierung eine Entpriorisierung darstellt, die meiner Meinung nach eben noch besser dafür geeignet ist eine Erleuchtungserfahrung anzuregen, als eben eine meditative Übung der Fokussierung. Da dieser Zustand der Hingabe noch näher an dieser kompletten Austauschbarkeit und damit nicht hierarchischer Energien des Seins fuß gekoppelt ist. Das aber sowieso nicht der Realitäten entsprechen kann, kann ich auch unverschämterweise noch einen Schritt weiter gehen und die Erleuchtungserfahrung mit dem bekannten Sätzchen Alles ist Nichts und Nichts ist Alles auch mit den oben genannten Begriffen mal auftrösten. Denn das Alles in der Erleuchtung hat seinen Ursprung in der Fokussierung, die eben immer energetisch nicht komplett ausgeglichen ist und das Nichts kommt aus der Hingabe. Also könnte dieser Satz Alles ist Nichts und Nichts ist Alles einfach seinen Ursprung in der unterschiedlichen Herangehensweise durch das Alles der Fokussierung und das Nichts der Hingabe bedeuten. Diese Herleitung würde dann auch für den Satz Ich bin Alles und Alles bin Ich eine Interpretation ermöglichen. Denn das würde darauf hinweisen, dass diese Erleuchtungserfahrung lediglich aufgrund einer durch Fokussierung entstandenen Meditation ausgelöst wurde und nicht der wahren Erleuchtung wo das Nichts der Hingabe inkludiert ist. Also nicht nur Ich bin Alles, Alles bin ich, sondern wo auch das Nichts inkludiert ist. Aber dann sind wir wieder bei der lachhaften Wahnverstellung, dass man spiritueller oder erleuchteter sein kann als die anderen und das Denken in Formen und Prioritäten hat uns dann wieder gefangen. Aber das Denken ist eben begrenzt und von daher lasst Euch anregen die Hingabe als etwas anderes zu sehen als die Fokussierung, dass ihr erkennen könnt, dass man Hingabe nicht erklären kann, dass man Hingabe sich einfach hingeben muss, dass man einfach Nichts ist und das ist besser kann ich Euch nicht sagen und wie gesagt ich kann Euch nur anregen. Jeder muss seinen Weg gehen und vielleicht trifft man sich mal persönlich und kann dann den Weg gemeinsam gehen und vielleicht das dann auch etwas besser energetisieren, ich weiß es nicht. Ich wollte Euch heute rüberbringen Hingabe vs Fokussierung, ich hoffe Ihr hattet ein bisschen gefallen. Machts gut Euer Christian. Ciao.